Also, erzeugt bei der weiteren Folge von... Hallo, Tomi, du... Na, Daxel? Resolat! Hä? Ich muss ganz kurz noch mal sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Folgen hiervon werden. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Mach, was du immer tust. Maximi, Maxima, Maxi, Maxis da! Ja! Was ist das? Blalalalalalalala! Diskussion beendet! Die sind verrückt. Die sind ganz komisch Menschen. Ich geh schon mal nach oben, weg von denen! Es sieht auch ein bisschen gruselig aus, ne? Dein Schnäuzer sieht aus wie ein Bad Daring, Alter! Du hast den gleichen Schnäuzer, Alter! Wollen wir mal, wollen wir uns mal ein Schnäuzer kurz machen, so? Warte, 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 warte! Pol, pol, pol… Ich kann beide Seiten gleichzeitig versorgen. Ich hab an jeder Seite einen Bart. Neiin! Mann, nur Bart küssen! Postham啊... Wasser mitnehmen für den Weg gleich. Ich hab's genau gesehen, sie pinkeln schon wieder. Ja, und ich hab Nierensteine, jetzt könnt ihr die aufsammeln. Daraus mach ich mir Ketten, geil. So ein Mobile, Alter. So eine Halskette. Klingelingeling, so wie ein Windspiel. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Nierenstein. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, das muss sein. Oh, ich find's gut, dass unser Ziel irgendwie nur 1000 Meter entfernt ist. Ach Quatsch, ist doch nix. Schaffen wir doch in 5 Minuten. Wir vergessen den Sprung. Und vor allem, wir müssen wieder zurück, da wo wir grad die ganze Zeit schon rumgelaufen sind. Oh toll. Endlich kann ich das einfache Frühstück machen. Toll, ich dachte wir können jetzt wieder was Neues entdecken. Aber wir können vielleicht oben rumlaufen. Müssen vielleicht nicht unten rumlaufen. Also man kommt ja auch noch, bei den anderen Seiten kommt man ja auch noch durch, aber... Ja eben. Kann ich doch irgendwas herstellen, ne? Was brauchen wir für Landstreicherabendessen? Dosenfleisch, wilde Kartoffeln, Gemüse. Okay, das ist doch aufwendiger als ich dachte. Diese Landstreicher ernähren sich ganz schön gut. Irgendwie macht der bei mir das einfache Frühstück nicht, tatsächlich. Warum? Ich hab alles dafür da, ne? Ja. Alles dafür da und er macht es dann auch und es läuft durch, aber ich hab's dann nicht im Inventar und ich hab's dann quasi instant die ganze Zeit noch mal. Was? Das verste ich nicht, das verste ich nicht. Muss mal eben hier weg hier. Also bei mir geht's. Du kannst mir auch die Items geben und dann mach ich dir was. Ja, aber ich... Tobi geht's gut? Alles gut. Ja, geil Tobi, geil. Das freut mich. Ich hab auch... Pan, wenn du Frühstück brauchst, ich hab auch drei einfache Frühstück, ne? Also hab ich noch da, wenn du Hunger hast. Hey, konntet ihr Graupen kaufen? Ja, die Graupen konnte ich kaufen. Jetzt ist es wieder weg. Ja toll, werd ich denn wieder weggekauft da, Mann. Nein, nein. Ich war das nicht diesmal. Ne, warte. Warte, 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 warte. Ich bin frei. Wo sind die Graupen? Tobi hat dreckiges Wasser getrunken. Kochtopf. Tobi, du bist so schlau, ne? Du bist so dreckig. Hä? Hä? Wieso zeigt der mir, dass ich Graupen habe? Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das in der Graubzone. Oder sie hat Graubhaare. Oh mein Gott. Wann ich da hinter euch lossehe? Ich glaub der Müll, der kommt irgendwie in unseren Kopf rein. Hast du dreckiges Wasser? Soll ich glaube ich hier mit die Charakteren reden. Du bist dreckig, Arschloch. Hai. Arschkruste, kacke. Hä? Warum ist in Russisch in Spielen immer alles irgendwie Atomvorsorchte oder Monster oder alle haben... Ja das muss so. Dritte Frage sind seine Geschichte. Tobi ist rhetorisch. Unfassbar, ist das immer so. Wollen wir weiter, Leute? Ja, komm wir haben 1.000 Meter vor uns Leute, das ist ein Marsch. ja natürlich ich muss mir noch ich muss mir noch wasser kochen ein bisschen was da muss ich noch kochen habe ich habe ich habe ich alles gekocht aufbruch aufbruch ab dem motto ich habe haare auf dem füßen und ich stehe drauf ja das hast du wirklich du zupfst dir immer eins mit einer pinzette aus schulklasse sammelt sich bitte vor dem eingang nord hallo herr lange ist übrigens eingang Osteiger warte mal aber Tobi wo Tobi ist das ist der richtige ausgang wo wir langen müssen ja Sigi wobei ne stimmt gar nicht ist falsch Tobi du stehst voll falsch wir müssen hier nach Südostost du Arschloch hä das ist voll richtig meine Sigi hä was ist das her nein ich hab so ein paar Sachen hab ich hä hä lass uns aber oben langlaufen oh nackst lass uns den Weg dann hochlaufen oder? ja wo seid ihr denn? hey Tobi ey 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 6? 7? ja dann gib mir ja da raus wo wir waren schon mal ja ja das ist gut ganz kurz wieviel kann ich Waffen nochmal auf Hotkeys legen du musst das auf I und dann auf dein Püppchen oben und dann musst du auf Ausrüstung und dann kannst du oben Waffe äh Waffe ah ist klar ach jetzt sagt er mir einfaches Frühstück hab ich hier zum Ausrüsten was stimmt denn hier nicht wo ist das scheiß einfache Frühstück hier jetzt ist es auch im Inventar geil guck mal guck mal mein Ding jetzt hier guck mal warte geil du hast ja ein Messer ey ja es brennt es seht ihr denn wie seht ihr es brennt? ach stimmt ja geil Alter krass wie hast du das gemacht? wow wie hast du denn gemacht? ich hab's aufgerüstet mit der Friseur hey wie mach ich das? huch wieso legt das jetzt weg? Friseur wo ist der Friseur? hol's doch mal raus aus Wetterwild kam so schön hey wo ist denn der Friseur? du musst dir ein Stück nach vorne laufen du bist doch in der Zone ah ah ok ja genau ja cool wo ist denn der Friseur hier Mann? oh voll geil ich hab auch keinen Friseur gehabt hab ich gar nicht gehabt ey man muss sich erstmal so eine Werkzeugkiste bauen und dann kriegt man erst den Friseur da kann man erst den Friseur bauen ok ich hab doch einmal gelesen ey ey warte ist los wenn du hier runter springst komm hä hä was 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 sorry wo ist das Geld Mann ich hab den Erik gemeint ich nicht Mann ja ciao Curry ne wie er da unten noch krepelt alter ja warte mal aber ich müsste doch eigentlich in der Basis spawnen oder? eigentlich schon ich hoffe ich ja ich bin hier unten in der Basis er muss deine Sachen eh holen also wer so dumm ist ne Tobi du darfst halt so ein Angebot nicht machen ey hä ich hab den Erik gemeint geil aber komm mal du kriegst den 10er von mir wir sind alle eine Gruppe ja nächster stream mach den 10er Club wir sind alle Erik spende den 10er für Curry komm oh man ey so warte mal wie komm ich denn jetzt da runter wie seid ihr da runter gekommen ich hasse dich ich hasse dich ich muss doch da runter äh was passiert hier grade oh mein Gott erik hä ach der schießt auf mich aua ich bin gleich tot ähm ich muss hier runter Leute ja ja Moment ähm was ich hab doch kein Zeugs ich muss doch mein Zeugs da irgendwie oh mein Gott jetzt lass da kommt doch einer ja Alter sag bitte dass ich einfach da runter kann irgendwie äh alter äh äh ja Freunde warte Gary wir sind sofort ja mach schon ich guck nur mal ich guck nur mal ich guck nur mal oh ich bin fast tot oh ich bin fast tot ich bin fast tot wer rennt weg einer haut ab da kommt gleich wieder der hielt sich jetzt glaube ich ich muss mal ganz kurz gucken ob einer von denen irgendwas oh dabei hat besser oh pfff fuck scheiße ich hab nichts für dich wie das ich muss da irgendwie da runter kommen das kann doch nicht sein scheiße man ja 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 ne du kannst doch da einfach seitlich runterspringen oder? ne da sind das ist zu tief scheiße tu fuck ey wieso bist du tot ja ich muss ja da runter wieder um meine Sachen aufzusammeln aber ach du heiliger äh kommst du auch dran? ja irgendwie muss man da ja hinkommen also äh ich gucke ich gucke ich glaube ich wüsste was warte mal bleib mal da bleib mal auf der Brücke ich glaube ich hab ne Idee okay ich glaube man kann hier außenrum laufen wenn ich mich nicht täusche ja ich höre dich ganz so nasal an warum mein ich was du hast dich ja voll nasal an ja meine Nase ist ein bisschen äh stopferig aber wobei ich ja ich bin unten ich bin unten nice oh äh Curry was kannst du mir helfen was 10 Euro die Schlucht war doch ein bisschen zu groß naja ihr habt wahrscheinlich ne oh Gott ist doch nicht aber eigentlich bin ich gar nicht weit geflogen ey warte mal wo ist denn jetzt mein Scheiß hier ich geh nochmal ganz kurz dort verkaufen bin sofort wieder da Tobi 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 wo bist du wo bist du sag mir doch wo du bist was macht die denn also ich geh kurz was verkaufen weil die sind sich ja die gerade am retten okay ja ich wollte gleich eigentlich zum Lagerfeuer kurz gehen wir haben alle wir haben alle davon ey ernsthaft hier ist es hier ist jetzt nicht eine unsichtbare Wand oder oh nein oh nein hä oh nein aber hat jemand ein Seil für den Curry jetzt mal ohne Scheiß ich bin doch grad hier runter gesprungen das kann doch gar nicht sein wir holen eure Sachen da wie jetzt die verarschen aber warte doch alles gut Tobi wo bist du hä äh tot mich jetzt gekloppt bist du tot ja oh ja jo eine Sekunde hat man auch noch einen safen cool hey wie soll ich denn da jetzt an meine Sachen kommen was ist das denn für eine Kacke die Tiere zum verkaufen alle pennen wo sind die diese Folge entwickelt sich ganz weit hey warum ist hier eine unsichtbare Wand was zum Teufel was ich muss noch an meine Sachen kommen Tobi bist du jetzt tot ja ja ich komm grad wieder Hände gerannt da hast du äh soll man den Weg suchen nach unten ja ich bin schon unten aber 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 ist doch scheiße ich hab noch Angst wenn wir alle jetzt sterben verlieren wir alle unser unser Gier warum zum Teufel kann ich denn hier nicht hin was ist das denn für eine Kacke ich bin doch da gerade hingesprungen der Tobi kommt grad nach oben ja ich bin doch grad hängesprungen da liegt meine Kiste hä von hier aus ist auch nicht so geil ja hey spiel bitte äh wohl vielleicht von hier eben wieder dran kommt ähm ich glaube ich bin am Arsch nein doch du warst für du warst für drei Sekunden cool das kann doch nicht sein okay ich bin doch da ich bin doch da ich bin noch Mann hä stirbt man automatisch immer wenn man da runter springen ja das kann sein also ich also zumindest ich glaube es ist irgendwie wo dass man da nicht hin kann oder so scheiße hast du jetzt auch keine Sachen mehr Tobi ne also hier geht's leicht nach unten ich guck mal ob ich irgendwie auf dem normalen Weg nach unten komm komm scheiß drauf ich glaub ich komm mal ich glaub ich komm mal ich glaub ich komm mal im normalen Weg kommst du ja runter du kommst ja da runter aber du kommst halt nicht weiter hier ach da hinten seid ihr ach du scheiße hier ist halt irgendwie aus hier ist einfach unsichtbare Mauer ich vermute dass man einfach nicht oh cool dass du dass man da irgendwie dann der Brücke nicht so vorbeikommt warte mal ich guck mal kurz ob ich zu einem du läufst in die komplette was mach ich du bist in der komplett anderen falsche Richtung gelaufen hä ne ne ich wollte gucken ob ich nach unten komm von hier aus warte mal wo bin ich denn jetzt hier oh also da die Brücke auf der Seite ist komplett gesperrt geil oh das ist doof es ist doof das verstehe ich nicht Alpha Wände dann müsste man da ja gar nicht runter springen können das ja voll doof wenn du da runter springst und dann gar nicht da deine Sachen wiederholen kannst dann hätten sie bei der Brücke auch noch Alpha Wand machen sollen ja eben wenn man das schon so konsequent macht Problem ist halt ich komme da halt so jetzt nicht mehr dran glaube ich oder wir oh Tobi ist tot egal scheiß drauf komm lass uns so weiter rennen achso ja ja wir müssen halt Waffen suchen einfach dass wir halt irgendwie halt äh die Aktion war trotzdem cool boah ok geile Aussicht ja halt aber äh danke äh 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 oh Gott Hilfe ich vermute mal man kommt nicht auf die Brücke wer leuchtet denn da unten ist jemand im Wald grad bei der Brücke ja ich bin da irgendwie aber das ist zu tief das ist viel zu tief und man ja ja ich gucke grad ob man über die Brücke gehen kann aber das geht einfach gar nicht ich dachte vielleicht kann ich irgendwie auf den fuck man das ist doch scheiße uah na Tobi oh warte mal Tobi man doch jetzt fühl ich mich besser Tobi brauchst du dann ne Waffe jetzt warte soll ich dir eine geben quatsch quatsch komm wir gehen erstmal so weiter oh alles klar ich bin ja aber ist doch besser ja guck mal ich bin auf der Brücke hinter der Sperrung aber bringt das jetzt was scheiße Warte Moment fuck man wir sind doch hoch hier ist ne Alpha Wand die hier nein nein okay dann scheiß darauf dann scheiß darauf dann lass uns weitergehen aber wie komm ich jetzt wieder zurück ähm oh nein oh nein ihr seid die Besten oh nein oh nein bitte nicht oh nein wer ist doch denn da hinten was bist du ähm nein ich seh deinen namen warte warte Hallo, hier drüben. Bist du jetzt ernsthaft auch darüber? Ja, ich hab... Ach du bist ja auch schon lang, oder was? Wie viele Totenköpfe da sind. Tobi, bist du ja auch schon lang? Nein, aber kannst du nicht auf der anderen Seite da drüben hin? Nein, da ist ne Alphawand. Hast du da wirklich nicht drüber? Oh, ah, oh, ha, geil. Nice. Oh, Alter, Bugfinder. Oh Mann, ey. Tja. Naja, Pech. Das ist aber dämlich, dass die da ne Alphawand haben. Ist das Curry, ja? Es macht halt voll keinen Sinn, irgendwie, weil... Ne, ne, ne. Sehr inkonsequent einfach. Curry, du brauchst auch ne Waffe, ne? Ja. Lass mal vielleicht nicht in dem Camp da rumlaufen. Ne kleine oder so, also... Warte. Ne, ich geb dir ein Rohr. Wat? Roh, 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 roh. Ich hab noch ein Messer. Ich hab noch ein Messer. Wenn jemand will, hab ich noch ein Messer. Willst du ein Messer oder ein Rohr? Messer, egal. Rohr klingt immer besser. Tobi, brauchst du was? Nee, die Pan hat mir schon ausgerüstet. Danke. Alles klar. Okay, ich hab ein Rohr, Mann. Mich kann keiner mehr auffallen. Okay, ab zum Ziel. Alles klar. Ab. Okay. Alle Erik verprügeln. Das hast du wieder gehört, Tobi, ne? Ja, klar. Müssen wir hier oben lang, oder was? Äh... Ja, so in die drübe Richtung. Ja, oder? Aber vielleicht nicht so rennen, weil... Ich hab Angst. Warte mal, sind wir hier richtig? Mach die Geräusche. Ja, ja, also wir müssen hier, glaub ich, lang, da ist das gleich das Storgerfeuer. Und dann hier links hoch, ne? Genau. Wenn die einfach so durchkommen... Der Wald sieht nicht so... Der sieht so verbrannt aus. Also... Ja, ich glaub da ist irgendwie mal... Hat jemand mal seinen Furz angezündet. Ich schwör, ich war's nicht. Dann sagen sie dann immer... Ach, zoom. Okay. Lieber lassen ihr Müll liegen, ey. Ja, ich hör was knurren. Wie ein Wolf. So... Hier ist ein Monster. Hier ist ein... Da. Weg, Alter. Wie so ne Prügel-Gang einfach. Let's go, weiter geht's. Random irgendwelche Leute... Uns hält niemand auf. Uns hält hier keiner auf. Essen, na fucker! Habt ihr's verstanden? Hm? Okay, weiter geht's. Wie? Ich will die ganze Zeit noch an der Seite irgendwelche Kräuter suchen oder essen. Weil ich das Gefühl habe... Weil ich das Gefühl habe, wir werden's brauchen. Ist das hier richtig oder müssen wir links? Eigentlich müsste man hier landen. Ja, so links... Ja, so links, ne? Links, ja. Linkslich. Oh, da oben ist ein großer Penisberg. Station Moosverarbeitung. Kann man den essen? Aber es gibt schon für so ein Early-Game-Play-Ding eigentlich recht viel Content, ne? Äh, ich hör wieder einen Verrückten. Da kommt wieder einer, der will wieder Schläge, Leute. Ja, das geht aber nicht. Oh, die Musik ist ja geil. Ähm, hier heult irgendwas. Hier hat grad irgendwas rumgeheult. Nicht schon wieder. Coole Mucke. Hallo. Ähm. Dann Feuerzeug. Foto. Ähm. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hä! Die fucking Oma war schon wieder da, Mann, ey. Alles klar. Alter, was ist denn mit der? Kann ich nicht mal woanders Bingo spielen gehen, ey? Paranormale. Alter, die heult immer rum. Vor allem, warum kommt die denn immer? Ich weiß es nicht. Die ist voll böse. Ja, Kekse. Oh geil, bist ein Thunfisch? Okay. Weiter! Hast du noch alles durchsucht dir hinten, Curry? Ja, ich denke schon. Ja, wobei, ich schau noch mal nach. Hier so noch Kippen sind hier noch. Nehm ich noch mal mit. Mach mal ne Nase kitzelt! Das sieht auch noch gut aus. Was ist das? Ich hab Kräuten. Was? Ähm. Warte. Ähm. Was? Was denn? Was die Kinderstimme jetzt nicht gehört? Das Heulen? Ne, die Kinderstimme richtig. Ja, ich höre das die ganze Zeit. Oh. Auch außerhalb von dem Game, ne? Warte mal da ist jemand im Haus, kann das sein? In diesem Haus? Warte, ich glaub, das wärs beliebt. Ne, da ist grad... Ach, da ist Tobi schon drin. Oh lol. Hä? Bleib doch mal ruhig, hab ich jetzt drüben. Tobi, Alter. Tobi. Der rennt da einfach drinnen rum, ey. Der ist über dem Haus. Der guckt durch alle Kisten, der ist so gescheuert. Oh. Was war das für... Oh. Hä? Ähm. Was war ihr? Wir waren gerade Besuch. Ah! Mann! Oma? Alles klar. Boah, geil. Oh, egal. Ich schwitze. Meine Hand schwitzt so gerade. Habt ihr schon alles durchsucht hier? Ja, ja. Ich denk schon. Fast. Fast. Woher ist noch ein bisschen was? Hm. Ist immer doof, wenn man nicht weiß, was schon durchsucht ist. Und dann sind alle Kisten mal leer, wenn man durchguckt. Oh mein Gott, ich hörs wieder heulen. Ja. Find ich auch. Ist mir gut. Oh, das Radio hier aus, Mensch. Wie kommt das? Ich hör wieder das Weinen, Mann. Das nicht... Äh, Pan? Was hast du hier mit dem Mann, mit dem armen Mann gemacht? Das waren wir. Nee, nee, nee. Der war tatsächlich schon so. Wollen wir weiter? 800 Meter. Der war schon so. Der war schon so. Nice, ich hab ein Telefon gefunden. Jawohl, Tobi. Ruf durch da. Klinge durch. Hilfe, Hilfe bitte. Ich kann jetzt ne Gemüsepastete machen. Voll gut. Ja, nice. Mach doch mal bitte eine. Hier ist noch so ein Haus, Leute. Falls jemand Verbände hat, ne? Einmal Bescheid sagen. Ja. Hey, was? Was war da? Wo bist du denn? Da ist wieder so ein Heulen. Hier ist ein Verrückter. Hier ist ein Verrückter. Hier ist ein Verrückter. Wo denn? Oh, da hier. Jaaaa! Hey, du Arsch. Nichts mehr zu verlieren, ich bin gesetzlos, Mann. Gesetzlos! Hier bei mir ist auch noch einer. Ja. Was ist das? Block mit Aufzeichnen. Oh, Mann. Oh! Ich brauche verbannt! Oh! Oh mein Gott! Oh! Was ist hier? Hier knurrt wieder jemand. Oh mein Gott! Alter, hab ich mich gerade... Oh Gott! Wo? Ich brauche ne Pampers. Alter! Ey, die sind so scheiße, die Typen. Nein? Nein. Ach, da ist draußen wieder einer. Um das Haus... Da ist einer einmal drumlaufen, da ist wieder einer dann. Bobby, helf mir. Where are you? Hö! Was? Hö! Der hat ne Knappe! Okay. Fertig! Super! Wir können weiter! Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht fertig. Oh Mann, Alter. Hier ist ne Brechstange, falls jemand eine braucht. Verband könnte ich gebrauchen. Hat jemand ne Verband? Ja, bräuchte ich auch. Leider nicht. Leider nicht. Ich hab gar nichts, Tobi. Tobi, wie übel ist es? Ich hab Pillen gefunden, aber ich würd die gerne selber nehmen, wenn das für dich okay ist, weil ich bin da schon unten im roten halt die ganze Zeit. Ja, 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 ne bin ich noch nicht, bin ich noch nicht. Okay, okay, okay. Dann, äh, hier. Gyndia. Ah! 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 Tobi, Tobi, Tobi. Da ist elektrisch. Geh da nicht rein. Ah! Es ist elektrisch. Pssst, pssst. Tobi, nein, tu's nicht! Komm her! Ah! Ah! Tobi, ah! Tobi, hier sind Feinde. Hä? Wo bist du denn? Hä? Hier sind 100 Meter in diese Richtung? Wo seid ihr denn? Wie weit seid ihr gelaufen? Wir sind im Weg weiter hoch. Hä? Ja, sag doch Bescheid einfach, wir warten hier auf euch. Entdeckungsweise. Der hat doch gesagt, wir gehen weiter. Hä? Wann denn? Hilfe! Hilfe! Ich hab Sachen gesehen, die will ich nie wieder sehen, Erik. Bitte helfen Sie mir! Was war das? Ah! Ja, aber gut, das sind ausprobiert. Ein bisschen, wa? Ich glaub, man kriegt von allem hier Damage irgendwie. Ja. Auch von mir. Lass uns ein Spiel machen, in dem man viel Damage kriegt von allem! Gute Idee! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh, Juri, was für eine gute Idee! Rechts, rechts ist ein Feuer mit Leuten. Mit euch! Die wollen da, die wollen, die wollen Party machen. Das sind immer zu viele, oder? Das sind drei. Also ihr könnt... Aber waren sie das normale Leute, oder sind das... Nicht, dass die Pistolen haben. Das sind nie normale Leute, das sind nie normale Leute. Die raschen immer an. Nicht, dass die Pistolen haben, Leute. Das ist echt gefährlich. Macht das Licht aus, Vorsicht! Ah! Ach stimmt, man ist jetzt verborgen. Stimmt, da sind die eigentlich. Verborgen? Wart, wo seid ihr denn jetzt? Tobi, wenn du crouchst, bist du auch verborgen. Wollt ihr wirklich da hin? Nein! Aber wir müssen... Oh mein Gott, es sind ja noch mehr! Komm hierher und crouchen dabei. Crouchen. Dann kommt unten verborgen und dann sehen die eigentlich. Shhhh! Wie so laut! Wie er läuft! Okay! So Tobi! Hier sind wir! Mit den Chaoten! Pan, siehst du uns? Pan! Warum? Warum? War Martin dann? Okay, ich muss rechts abbiegen. Ab der Panne, meine Kniescheibe ist raus. War am Blinker. War am Blinker. War am Blinker. War am Blinker. Das ist ein Lagerfeuer. Wir müssen jetzt das ganze Spiel zu lassen. Das ist so. Ja. Okay, das ist ein Lagerfeuer. Schnell, Lichter aus. Oh, warte! Wissen wir was zu essen. Aber keiner, oder? Ne, ich glaube auch nicht. Ich guck mal, ich mach nen Test. Äh, oder. Oh doch, einer ist da. Oh nein, ich hab kaum noch Energie! Auch nicht. Ey du Sohn. Mach ich fertig. Wir hatten diesen Haken. Der hat mir ein paar angegeben. Voll geil. Das ist ein bisschen brutal, aber es ist geil. Was ist das denn? Da hat irgendwas gelacht. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ey. Was denn? Da hat wieder irgendwas gelacht, hat der Erik gesagt. Jo. Ah. 500 Meter noch, wir haben es fast geschafft. Ein kleines einfaches Frühstück. Das gönne ich nur. Ich glaube da vorne wartet jemand auf uns. Mit? Ich hätte mehr Wasser mitnehmen sollen. Ich warte mal auf euch. Warte. Ich warte mal auf euch. Oh, ich bin so doof. Mann, ey. Schon wieder dreckiges Wasser auszusehen getrunken. Warum passiert das denn? Willst du mich verarschen? Tobi? Willst du stressen? Oh, die werfen Ball. Aua, hey, warum auf mich? Halt's Maul, du hast ne Glatze. Au, ich bin ne Minderheit, au. Glatz auf den Schneitzer, du bist Hitty. Ja. Dankeschön. Was hab ich dir getan? Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, der hat gar keine Waffe. Okay, also keine, keine Knarre. Alter, da ist ein Soldat, der ist voll krass. Ah! Seid nicht mit, nicht mit! Zieh mich fast durch! Der auch. Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Der hat Tobi auf mich weiter prügelt, weißt? Voll im Agro-Modus. Der hasst mich einfach. Der ist im Agro-Modus, der Tobi, ey. Schön! Ich dachte, du wärst ein Soldat. Ach Gott, was ist hier denn? Oh Gott. Ähm, da ist wieder ein Soldat. Kann ich aber auch die Hilfe? Noch! Oh, der hält aber viel aus. Ja, der hält viel aus. Hä, warum? Hä? Ich bin fast tot. Jetzt haut der ab. Hä? Hat der bei mir Health dabei? Lohnt sich also, den zu buchen. Der wollte sich nicht passagieren. Sie haben erreicht Loch. Huch, hier ist, hier ist ein Save-Point. Echt jetzt? Aber die Sachen laden bei mir sehr langsam nach. Wie ein Save-Point. Ich glaube, wir haben wieder Wahlnacht. Der Himmel ist wieder grün. Oh mein Gott, was ist das hier für ein... Alter, wir haben das Arschloch der Welt gefunden, Leute. Kann man irgendwas bauen? Leute, wir haben das Arschloch der Welt gefunden. Da unten ist ein Probeller. Was ist da? Bella? Und ein Typ ist hier noch, ein Soldat. Hilfe. Bitte, bitte helfen Sie mir. Ah, cool, ich hab Macaroni gefunden. Falls jemand das Macaroni gezept hat. Hinter dir, hinter dir, Tobi. Ja, wo bist du? Dann komm mal her, hier. Ich bin hier in so einem Haus gerade, wo Musik spielt und hier ist irgendwie... Kann man irgendwas bauen. Hallo. Ich glaube, hinter uns kommt ein Typ, kann das sein? Hier, warte, nehmen wir die Macaroni, bitte. Ähm... Ist der gerade... Oh mein Gott, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Ja, ja. Aua, aua. Ich kann da nicht groß angreifen, weil ich gerade... Oh mein Gott, Tobi ist tot, Tobi ist tot. Oh mein Gott, Tobi ist tot, Tobi ist tot. Das bin ich hier, der ist hier drin. Warte, warte. Ich bin fast... Ah! Oh mein Gott. Wo ist der denn? Der ist ja rausgelaufen. Nimmst du hier die Macaroni kurz? Ja, gerne. Okay, ich hab ihn, ich bin fast tot, aber ich hab ihn. Okay, geil. Okay, Tobi, warte, wir müssen Tobi wiederbeleben. Was ist das? Vor allem Tobi ist tot und er ist einfach... Er sitzt da, weiß ich. So Curry, ich hab Tabletten für dich. Ich hatte gerade einen Verbandskasten und Tabletten. Wo bist du, wo bist du? Beim Tobi. Mann, sieht ja Tobi gedamaged aus. Boah, Alter, ich bin richtig. Ich hab hier Tabletten, prügelt euch da rum. Ah, hier ist noch einer! Fight! Ist noch einer! Oh, ja. Ja. Oh mein Gott, bleib pahnen, bleib pahnen. Oho. Ah, Mist! Guck mal, ob der Heilungszeug dabei ist. Ja, der hat er nicht. Und wieder fast am Limit. Der trifft aber automatisch immer alle ne? Hier geht es weiter runter. Hier geht es weiter runter. Oh, hier kommt der nächste. Och, fickt doch die Hölle! Ich glaub ich nicht mehr als hier bin! Micht wieder an Three-Sixty aus der Hölle weiße! Mensch, ich bin so gut wie tot, ja. Tobi, ich hab dich, Tobi, ich hab dich. Mach Hete dabei und noch irgend so'n Ding. Ich pass auf dich auf. Man kann hier übrigens weiter runterlaufen. Oh, hier ist ein Hackbeil, falls jemand ne Waffe will. Das orange schöne Ding, was du da hatte, ne? Das hat mir grad sehr viel Geld gebracht beim Verkaufen. Das solltest du immer mitnehmen. Oh cool, ich hab eins im Inventar, aber... Wollen wir diese Folge noch zum Ziel hin oder nicht? Äh, weiß ich gar nicht. Das ist sehr weit noch. Ja, lass doch einfach noch mal gucken, was hier unten drin ist und ansonsten... Ja, ähm... Alter, wo sind wir hier grade? Das ist bestimmt gut, dass wir hier sind. Ja, wir sollen auf jeden Fall hier sein. Ähm... Die Gegner sind noch nicht zu stark für uns zum Glück. Ähm... Und zum Glück sind wir richtig voll fett ausgerüstet. Man kann hier Zeitreisen machen. Ach du Scheiße, wie groß ist denn das hier? Ähm... Was haben wir hier grade gefunden? Warum, äh, warum liegt hier jemand tot? Hier liegt jemand tot. Ähm... 9147. 9147 ist hier aufgemalt mit Blut. Okay. W- Warum ist das? Telefon! 9147. Da klingelt's, es klingelt grade. Kann jemand rangehen? Was? Wo? Irgendein Telefon klingelt hier grade. Ich hör das gar nicht. Ich hab's auch gehört. Ah, jetzt hör ich es. Ach, das gehört... Es muss hier rechts sein. Was? Was hör denn mal auf zu klingeln wieder? Äh... Ich hab's nur einmal gehört. 9147 ist irgendwie ein Code. Wer ist denn da vorne? Alter! Was? Ähm... Ja? Hier, hier! 5349! Das ist eine Raketenabschlussbasis hier, ne? Ich hab hier, ich hab hier ein Code mit Blut an die Wand geschrieben. Der Typ ist heute auch... Ja, ich hab 9147. 9147. Ah, ich hab 5349. Ich hab's nur aufgeschrieben. 9147. Aber ich glaub, die brauchen wir nicht. Okay, Curry. 9147. 10 Euro, wenn du in den Schacht springst. Bitte... Mach das doch nicht schon wieder! Okay, geht's wieder hoch. Was heißt denn... Was... Für was sind die Codes? Ja? Hast du irgendwas zum Heilen? Ich bin so gut wie... 9147. Ich... Ich glaube nicht. Alter! Hä? Boah, hast du mich grad erschockt? Was? Boah, du bist voll auf mich zu gerannt gekommen als ich in die Kiste... Guck mal. Oh nein 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 nein! Was? Vorsicht, Vorsicht! Es kommt einer! Ich bin nämlich fast tot. Lass mal abhauen. Ich bin auch fast tot, geh! Renn mal, renn mal weg! Okay Musik, hat auch so. Guck mal da drüben. Hallo! Ähm... Ähm... Was war das für ein Geräusch? Ähm... Es sieht so aus, dass dann die paranormalen Aktivitäten verschwunden, was? Ah, Medikamentenkiste ist natürlich leer. Ah, gell. 9147. Irgendwo, für irgendwas müssen die Code... Alter, was ist hier denn passiert? What the fuck? Äh, Tobi? Ja? Hast du hier ne kleine Orgie gefeiert? Nee, dat ist nicht von mir. Ja, ja. Nee, nee, nee. Ich glaub schon. Ähm, I. Was denn? Ich hab was Schönes gefunden. Was denn? Beschreibe es. Eine, eine nackte Baby. Da, Tobi, guck mal, guck mal, das ist echt schön. Schön hier, ne? Oh, lass mich mal da reingehen. Ah, ja. Die überhaupt nicht gruselig wird. Mach mal ein Foto von mir, Curry. Ah, da ist der Curry. Hi. Wir haben hier eine Privatparty, Erik. Bitte geh wieder. Wir feiern Menstruations-Day. Was? Die Deko ist geschmackvoll. Scheiße. Das ist der Entjumpfungskeller hier unten. Alter. Hast du Glück, wirst du Einschulung? Hä? Tobi ist immer der Gentleman. Ja klar. Aber was sind das hier für Kapseln eigentlich? Oh Mann ey. Das ist komisch'n... Es sieht alles aus, wie war Fallout hier unten. Oh Mann! Was denn? Was? War ich wieder schuldig, oder was? Die sind doch Geschmacks Oma. Achso. Boah. Oh Gott, hier laufen auch draußen noch Leute rum. Tobi, Alter. Was ist das? Scheiße, ich bin so gut wehto. Sind die? Was Pan... Jagen die dich? Nein, der ist draußen umgelaufen, deswegen bin ich jetzt da reingegangen, aber ich hab quasi nur noch ein Brotchen. Ah! Das ist auch schon, ehrlich? Ich such euch mal. Jetzt haut er wieder ab, weißt du? Ich schwör aber nach Kurium, da war jemand. Oh, Fähigkeitspunkt! Nein! Oh, ich hab das Telefon! Das Telefon klingelt hier, aber ich kann nicht abnehmen. Ich kann auch nicht abnehmen, ich versuch's seit Jahren. Den wollt ich auch. Ihr seid so dumm. Wollen wir zum Abschluss der Folge da unten reinspringen? Echt? Willst du dir das Arschloch reinspringen? Ja. Ja, dann warte doch mal, wir wollen das alle sehen. Ihr sollt mitkommen. Achso, ja. Obwohl, wenn wir alle tot sind, dann spawnen wir bestimmt neu über den Ding. Hä? Alter. Woher hast du die Waffe? Die hab ich vorhin gefunden. Äh... Alter, geil. Hi! Ähm... Äh... Erik! Ach da oben, ach da oben. Boah, voll der Headshot! Alter, ob wir da irgendwie zerstückelt werden, das wär voll geil, oder Tobi? Wir werden wieder zerhackt werden da unten. Das wär nice, Mann. Ja, das wär richtig geil. Na, soll mal jetzt alle reinspringen, Tobi, was ist los? Ich will da nicht rein. Was? Ja, dann bleib ich halt zurück mit den gruseligen Männern, die dich bestimmt töten wollen. Ja, aber ich bin... Jetzt bin ich hier interessiert. Nee, der Erik will auch nicht mit reinstehen, aber wir haben ja eh keine... Ja! Ich hab wieder ne Waffe. Erik? Ja? Tot. Au! Ich vermach dir alles, was ich habe. Was hast du denn? Da ist ne Banane. Ich hab die aufgenommen. Geil. Geil. Schokolade. Alter, nice. Alter, wie viele hast du denn? What the fuck, Tobi? Oh, ein Apfel. Alter! 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 Habt nix mehr! Okay! Ciao, Tobi! Okay, bevor ich runterspringe, sauf ich mir noch mal einen hier. Cognac, ey. Cognac. Geil. Machen wir Feierabend, oder was? Geil. Ich spring da rein, Tobi. Wo ist die Pan jetzt? Wo bist du, willst du das nicht miterlegen? Ich will ja. Wir brauchen nix mehr zu malen. Die Pan kann ich aufhören. Die Pan kann ich aufhören. Kann ich aufhören. Ich hab mit Telefonhörer, Pan. Ich will ja noch nicht, dass es zu Ende ist. Alte Puppe. Igitt, igitt. Ich geh gleich mal nach oben. Oh. Ah ja, Pan, da bist du richtig. Wirst du mal einen Spotdown an ihr nicht, oder was? Doch, doch, nehm ich gleich mit. Ich hab schon ein Umzugsunternehmen angerufen. Pan. Pan. Ja? Soll ich euch, soll ich euch zugucken? Ja. Ah, das ist so ein Pilz. Warte. Wo seid ihr denn? Wollen wir mal kurz gucken. Ventilator. Hantel. Tobi, warum? Ich bin jetzt hier ganz oben. Ja, das ist für mein Penis. Ja, das ist für mein Penismuskel. Tobi, sollen wir's tun? Ah, ok. Das soll ich doch machen. Warte mal, warte mal. Ich würd gern auf euch stehen. Warte. Ja, so abschließend muss ich sagen, spielt an sich. Oh, oh mein Gott. Oh mein. Oh Gott. Ich wär fast runtergefallen. Content fehlt schon noch, muss man sagen. Hä? Ja gut, aber wir sind ja jetzt auch voll nicht drin, ne? Wir sind ja auch voll nicht drin, Tobi. Nee, ich find aber so ein bisschen Sachen fehlen glaub ich schon auch. Also, weiß ich nicht. Ich find's zum Beispiel bescheuert, dass man wenig zu essen findet. Dass wir nicht so schwach sind. Ja, das stimmt. Für viele Personen ist das zu wenig tatsächlich. Also, man ist immer sehr am Limit. Aber vielleicht ist das auch das Survival-Ding dabei. Ja, genau. Das stimmt. Aber Story-Content ist auf jeden Fall schon mal ziemlich üppig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das stimmt. Aua. One mal abschlagen. Hier zack. Geil. Ha-Five. Hey, nach 4 times ein. Jetzt Curry drei zwei eins, zum mudЭто sie, tschiiišt! Oh mein Gott. Wow, Alter, alter, wen hat's denn da gerade gelegt? Wer's denn da gerade von Mentator? Der Tobi wer nicht. Der Tobi wird aber auch mitgenommen. Da da, aber ich noch. Das sieht als wird dann noch einer am Ventilator hängen. Der Tobi hat auch immer. Ta etter, da hängt einer am Ventilator. Siehste? Ja, die Taschenlampe, siehst du die Taschenlampe an der Wand immer? Ja, das ist echt! Hui! 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 Ach, schön. Ja. Ach, schön, ja. Macht Spaß. Also, wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt, sagt Bescheid, ne? Oder vielleicht wird ja irgendjemand von uns im Stream einfach mal weiterspielen oder so. Aber wir müssen auch mit dem HW School langsam mal weiterziehen. Wir müssen mal was anderes. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ich wär immer noch für den HW School streamen. Oh, ja. COCs, Tobi. Boah, da freu ich mich so drauf. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Ich, ich möchte das noch mal... Ja, ja. Ne, ich möchte das noch mal laut sagen. Ich wär immer noch für einen HW School streamen irgendwann. Okay. Ich hab voll Bock drauf, ey. Oh, hier sind Kräuter. Oh, nice. Oh, schön. Der findet überall Kräuter, ey. Ja, Sea of Thieves, ich voll mir auch schon. Damit halte ich Tobi und Tobi wieder hoch. Vielleicht sollte man bei Sea of Thieves tatsächlich doch noch mal überlegen, ob man nicht doch ein eigenes Let's Play macht. Ja. Also alle zwei Tage sich HW School abwecheln. Sie sind gestorben. Wenn's Zeit nicht klappt. Ach, bestimmt. Also ich hätt da Bock drauf. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich hätt immer Bock auf Sea of Thieves. Ich mein, wie, es ging, es war ja auch einfach mit dem Aufnehmen, ne. Wir haben ja gar nicht aufgehört einfach. Wir haben ja irgendwie sieben Folgen lang. Richtig. Und dann haben wir irgendwann auf die Uhr geguckt. So wie hier auch bei diesem Spiel. Ja. Ja, aber es ist umgekehrt. Wir haben dauernd auf die Uhr geguckt und plötzlich hatten wir sieben Folgen. Heute haben wir echt viel aufgehört. Alter, geile Musik, Mann. Von Kevin allein zu Haus. Kennst du die Musik, Tobi? Was? Hä, was? Stimmt. Voll geil. Wo denn? Wo denn? In der Basis. In der Basis. Ey, Tobi, komm, ey, komm. Ich glaub, ich geh auch mal in den Traum. Oh, der hat mich gesehen. Oh, der hat mich gesehen. Oh, Tobi! Vorsicht, da kommen wir nicht her. Und ich kann nicht rennen, weil mein Inventar voll ist. Weil Tobi mir alles gegeben hat. Ähm. 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 Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Schnau. 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 Tschüss. Tschüss. Oh, Gong ist dying. Geil. Komm, den Finger. Tschau. Tschüss. Ein Rennen. Tiefur. We're so sorry, Skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize. I don't think we should. A spooky scary skeleton, shout startling shrillie screams. They ballistic suppression. West Wing você, mer que tem regressa. Ent々 ta actaota. All right. Ni too.